Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir, äh, bin ich so, finde ich jetzt hier drüben? Ich brauche jetzt CTOS-Netzwerk zu können. Hm? Ah, ich bin wieder hier, okay. Beim letzten Mal haben wir, äh, hier dieses Grundstück eingenommen. Jetzt machen wir wieder hier rüber. Nachdem wir jetzt unseren eigenen Bunker haben, den irgendwie niemand mehr nutzt. So, Brücke haben wir wieder eingefahren. Oh, cool, guck mal da. Huuuuh, hat nicht ganz viel geklappt. Okay. Wo müssen wir denn hin? Ich leuchte, ne. Der Truck fährt sich gut. Ja, auf jeden Fall, er hat sich willkommen zurück. Äh, wir müssen jetzt, äh, zum nächsten, zur nächsten Mission. Wir haben unseren eigenen Bunker. Unsere Schwester ist immer noch in Gefangenschaft von unserem verrückten Ex-Partner. Komm ich hier nicht gerade her? Irgendwie schon. Äh, ich suche mal die nächste Straße. Wo ist denn die Straße? Hallo, Zivilisation. Aua. Zivilisation. Hallo, Zivilisation. Ist hier irgendwas, was man annähert nach einer Straße aussieht? Oder bin ich auf irgendeiner komischen Insel gelandet? Ich bin, glaub ich, auf irgendeiner komischen Insel gelandet. Ah, das Dom sieht aber noch in der Straße aus. Das ist gut. Dann fahr ich mal da hoch. Wenn ich da dann hochkomme. Bevor ich mein Auto komplett geschraudert habe. Ach, das ist diese Brücke oder was? Ach so. Okay. Das heißt, wir sind jetzt einmal sinnlos im Kreis gefahren. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ähm. Gut. Komm ich hier da hoch? Ich will doch nur. Was ist das? Verbrechen erkannt? Ich würde nur auf diese beschüsste Brücke da hochkommen. Kann ja nicht sein, dass dieses Ding da, wo ich nicht hochkomme, die einzigste Option ist, oder? Ja, dann halt so. Ähm. Äh, nein. Ich würde mal sagen, wir schauen mal auf die Minimap und... Wir müssen da hin. Wir müssen da hin. Dann nehme ich jetzt einfach mal... Q... Schnellreise. Oh, dahin gehen wir mal da hin. Bevor ich jetzt hier stundenlang nach einem neuen Auto suche, wird das glaube ich besser. ZTOS Loop, da sind wir auch schon. Ah, hier kommen wir nicht lang, aber hier kommen wir durch. Tun wir uns ein schönes Auto, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann geht's los. Dann machen wir uns auf den Weg. Dann stellen wir uns am Helm. Und gehen wir mal hoch. Geh mal. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was die nächste Mission war. Müssen wir erst mal hinfahren. Willst du das machen, auch mal? Mobile Aktivität wird verfolgt. Erreichen Sie den Checkpoint, bevor die Zeit abläuft. Okay. Hohes Risiko. Gut. Alles klar. Ich spiele mit. Oh. 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 cowam cheek-wum 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 lass mich in Ruhe keiner kann dich leiden Nein, 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 nein. Oh. Okay. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Keiner kann euch leiden. Alter Schwede. Oh Leute, was ist los mit euch? Was lief bei euch nur schief? Hallo. Müsste mal ganz kurz. Dankeschön fürs Drehen. So. Oh mein Gott, ich habe sechs Punkte erreicht. Ne, fünf habe ich. Oh. Achso, ich muss ausstecken. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich doch rein. Autsch. Okay, ich mache es nicht nochmal. Nö, ich habe keinen Bock auf Polizeiverfolgung. Das ist bisschen doof. Ich werde es dir nicht leicht machen. Was? Ernsthaft? Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Hallo? Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterher geschickt. Oh mein Schuss. Ich bin ein bisschen. So. Ne, diese Polizistenrennen mit dem finde ich nicht toll. Bin ich kein Freund von, weil ich da nicht genug Skill für habe. Ja, wir haben es kapiert. Los, fertig. Bin ich jetzt und muss ich hin? Ich habe bei uns hier mal so eine Oldschool Karre. Und dann geht es los. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das mache ich immer so. Nicht wundern. Wow. Gedenkt sich nicht so schön wie die letzte. Wurste rein? Ja. Aaaaaaaah. Ich glaube, die Verfolgung. Aua. Das tat weh. Das war jetzt vielleicht nicht so das intelligenteste mit dem Auto da rein zu fahren. Und ich dachte, wäre da dieser Kasten nicht gewesen, hätte ich jetzt einfach alle umgefahren, aber okay, gut, dann machen wir das halt auf professionelle Art und Weise. Sollte ich auch hinbekommen. So. Lass denn hier los, verdammt. Hau ab, vollidiot, sonst leg ich nicht eigenhändig auf... Du hast hier keinen... Oh, def, geht eigentlich mit dem Typen schief, ey. Der kommt halt her. Okay. Hä? Hä? Ihr habt das gesehen, ich hab den hundertprozentig getroffen. Was war das denn jetzt? Ich habe ihn mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Und das hat ihn nicht interessiert. So. Gucken wir das Ganze nochmal. Ja, das ist nicht normal. Sie betreten ein Sperrgebiet. Okay. Ist doch irgendwas. Hm. Wer war das, verdammt? Dankeschön. So, da habe ich die Zugangsdaten. Ich weiß zwar gar nicht, was ich machen soll, aber ich habe auf jeden Fall die Zugangsdaten. Verdächtiges Objektgesicht. Ich check das mal. Händen wir los, meine ich. Oh. So, wir sind sehr verdächtig, dass hier Menschen sterben. Da hat er vollkommen recht. Das ist unnatürlich. Komm her. So. Ich komme mir gar nicht rein. Ah, hier. Alles da, jetzt muss ich hier noch was klären. Okay. Hä? Was haben wir denn hier? Na nu. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich verstehe gerade nicht, was ich das sagen soll. Wahnsinn, das CTOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. So, dann haben wir alles freigeschalten. Okay. Dann gehen wir mal unseren Händen. Haben wir nicht gerade einen Anruf bekommen? Hey, haben wir nicht gerade einen Anruf bekommen? Dann halt nicht. Dann begeben wir uns mal zum nächsten Punkt. Ich habe das jetzt nun mal akzeptiert. Können wir mal vorbeifahren können. Oh ne, es ist zu weit weg. Da bin ich gerade viel zu nah an der Hauptmission dran. Neues Fahrhandschuhfach. Volles Fahrzeug verfügbar. Das ist ja mal geil. Das war echt nicht so glücklich, wenn ich das mache. So. Nehme ich halt Schwung. Notdürftig. Na, dann wollen wir mal schauen. Akt. Wir suchen also Leute jetzt, ne? Das hier ist also... Von mir aus. Ach nee. Ja, ihr habt ja Wasser. Von ob ich da alleine reinkomme. Meine Fresse. Der hält aber auch lange aus. So. Findet ihr, der Schütter ist nicht weit. Wo ist der Kerl? Okay, gut. So, komm her. Versteck dich. Versteck dich. Wie sieht's denn aus? Die Viceroy's haben das CTOS in Rossi-Fremont deaktiviert. Sie haben es komplett umgeleitet. Und nicht nur das CTOS ist offline. Das ganze Gebiet. Diese Leute. Man kommt sich vor wie in einem Kriegsgebiet. Das erklärt, warum Bloom nichts repariert. Bloom hätte das Geld sich darum zu kümmern. Das passt. Amen.